Wer schafft die Himmelseite schneller nach ganz oben? Im Duel ich, die schon zweimal bei Ninja Warrior war, gegen meinen Vater, der das erste Mal dabei war, aber auch schon eine Maschine ist. Dann ging es auch schon los zum Start und wir haben uns noch mal viel Glück gewünscht. Runde 1, let's go. Beide haben mega schnell losgelegt, nur leider bin ich runtergefallen. In dem Moment habe ich so schnell geschaltet, dass ich direkt wieder weitermachen kann, aber von ganz unten. Und ich habe nochmal alles gegeben, aber mein Vater war leider schon oben. 1 zu 0 für Papa. Hier bin ich übrigens voll auf Risiko gegangen, weil ich es nicht gemerkt habe. Danach ging es auch schon in Runde 2. Hier habe ich nicht volles Risiko gemacht, sondern habe ein bisschen entspannter gemacht. Ich wollte ja auch einen Punkt haben und wir haben Best of Three gemacht. Und diesen Durchgang habe ich gewonnen, sodass die dritte Runde entscheidet. Da war ich wieder ein bisschen angespannt und dachte, vielleicht muss ich ein bisschen Gas geben. Aber es hat gereicht. Ich habe gewonnen, 2 zu 1. Trotzdem war es aber mega knapp.